Juhu, Leute! Brandy back! In der letzten Folge haben wir die Höhle angefangen. Das Ziel dieser Folge ist es, durch die Höhle zu kommen! Und hoffentlich auch Lavandia zu erreichen, ohne dass wir zurückgeschleudert wurden. Ling ist natürlich nicht die beste Variante für diesen Kampf. Fraglos. Noch dazu da unser Angriff. Ne, das machen wir nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Tut mir leid. Wir haben einen Funken, der natürlich eine Schockwelle besitzt. Und diese ist dann natürlich sehr effektiv. Ja, das ist leider nicht so effektiv gegen mich. Das ist etwas sehr effektiv gegen dich, Kumpel. Oh yes! Mal schauen, ob ich das letzte Plane unter 60 Bart schaffe. Das wäre... Oder es... Mach mal 70 Bart. Unter 70 Bart. Und dann bin ich top. Oder halt ein Flop. Kommt ganz drauf an. Das weiß ich noch nicht. Jetzt bitte. Null! Ich habe verloren. Das Pikachu ist tot. Nicht im Ernst. Wie viel hat denn eigentlich diese verdammte Konfusion abgezogen, ey? Ja, machen wir es halt so. Da macht unser Tauburger hier ein bisschen was her mit seiner Attacke rückzukieb. Zack und... Ja, ja, ja. Das war natürlich ganz klar. Ach! Ganz großes Kino von hier. Äh, peinlich ohne Ende. Wir werden jetzt einen kleinen Cheat einlegen. Und zwar... Wir haben Sonderbonbons, ne? Ihr kennt bestimmt alle diesen Cheat. Oh, und Pikachu hat jeder einleben. Oh, Donnerblitz! Oh, yeah, baby! Oh, yeah! Äh, da kann man, denke ich, mal den Donnershock ein bisschen hier in den Hintergrund räumen. Weil Donnerblitz... Es funkt schon rein. Aber es tut schon weh dann, der Donnerblitz. Kann man schon mal sagen. Hauen wir hier nochmal ein paar Supertränke rein. Weil das ist schon effektiv dann. Es ist schon eine Bereicherung für das Team, unser Pikachu. In dem Fall. Von daher dürfen wir das nicht einfach so im Stich lassen. Wenn wir gerade dabei sind, können wir direkt mal einen weiteren Schutz investieren in diese Sache. Beleben! Ich frage mich, ob das Spiel mich verarschen will. Aber ich glaube eigentlich, dass es das nicht will. Wie dem auch sei. Nächster Kampf. Ich komme nicht auf dir her. Aber ich will kämpfen. Okay, baby. Dann gib alles. Dann gib alles. Miracle. Link wird das natürlich richten. Einfach mal ein bisschen konfusionieren und so. Ihr wisst Bescheid. Zack. Und dann zwei Konfusionen pro. Das ist natürlich... Oh, man. I found the fucking... Gott sei Dank haben wir uns die ganzen Aufwecker gekauft. Das ist... Also ich könnte mich feiern dafür. Moment mal. Das tue ich doch schon. Ah, wie geil. Lockducht. Fluchtwert senken. Während eines Trainerkampfes. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Nur die Frage ist, ob das so sinnvoll ist. Würde ich behaupten. Aber... Kann man machen. Kann man machen. Diese... Was sagt unser Level... 26er hier. Dann kann man schon mal reinschicken und dann... Einfach mal hier eine schöne Glut reinhauen lassen. Einfach mal hier. Zack. Zack. Und es stirbt nicht. Das war klar. Warum denn auch? Ach, Rasierblatt. Ah, wie süß. Wie süß. Neun KP hast du mir abgezogen. Ich habe hier ungefähr das neunfache abgezogen. Weil mich nicht alles täuschen. So. Okay. Oh. Ich habe verloren. Ja. Das hast du gemerkt. Gut. Ja. Lass mal mal link vorne. Lass mal mal link vorne. Ah. So ein Psycho. Psychos. Die sind immer so... Ich weiß es nicht. Möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Nein. Aber kämpfen möchte ich. Ah. Das ist ja gar kein Psycho. Verdammt. Ich muss mir das mal mehr... Verdammt. Das tut gleich weh. Das tut gleich weh, wenn ich nicht direkt ein Schlafpuder einsetze. Das war clever von mir. Ganz, ganz großes Pokémon hier. Aber sobald die erste Glutattacke durchkommt, ist es vorbei. Deswegen brauchen wir Täubchen, bitte. Und das wird dann die Sache etwas erleichtern. Die zweite Runde freut mich sehr, dass es noch geschmeidig schläft. Ah, mein Gott. Es ist halt aufgewacht. Also natürlich auch nichts Besonderes dann. Aber uns ist wichtig, dass wir durch diese Höhle kommen in diesem Teil. Das ist das Ziel des Teils. Äh, Tragosso, warum nicht? Warum nicht einfach mal ein Pokémon, was unserem Flug-Pokémon gefällt? Nein, es muss natürlich eins sein, welches uns überhaupt nicht liegt. Aber warum denn auch? Als ob das Spiel uns helfen würde. Nein, das wäre auch noch ein Volltreffer. Mach mal das einfach. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie das Ding gewinne. Ach, Quatsch, nein. Bastion, Bastion. Bastion, noch ein Volltreffer bitte hinterher. Damit ich das Spiel auch verliere mit dem Flug-Pokémon. Wärst du denn so freundlich? Ach, nee. Da ich jetzt unbedingt das Level haben will mit den Täubchen, brauche ich auch den Trank. Dafür ist eigentlich schon peinlich, aber... Naja, was auch sonst? Naja, scheiß, auch Windstoß. Eieieieie, und dann bleibt der auch noch so. Oh, ich kann durchdrehen. Aber, nee, kein Problem. Nistestotrotz, Level up. Bitte, bitte, bitte. Yes, yes, bitch. Spieler besiegt. So weit, so gut. Lass mal Link weiter vorne Können wir uns ein paar Helfer Ein bisschen Hilfen Das waren natürlich jetzt verschwendete Schritte Das war natürlich Mein Pokémon wird dich das fürchten lehren Yeah, baby Das will ich sehen Kleinstein wird gerufen hat Das könnte Link sogar noch packen Oh, der 25 ist natürlich Das ist natürlich Ich hätte es natürlich erst mal mit Schlafpuder einschläfern sollen Ah ja, warum? Kein Problem, mach einfach Mach einfach Wenn dir das so gefällt, gefällt es mir auch Aber schlafpudern Und Du schläfst jetzt bitte Drei Runden Sei ein Schatz Und schlaf bis zu deinem Tod Sei einfach ein Schatz, okay? Oder ein Volltreffer Oder so Oder so Das ist natürlich noch besser Gefällt mir noch mehr Ach, schläft sogar noch Passt das ja ganz, ganz Ganz groß Ganz groß Aber Level Up wird das leider nicht mehr für Link Muss man leider sagen Fast aber, glaube ich, oder? Ah, der nächste Kampf könnte uns... Ich gebe auf, du bist besser Äh, der könnte uns, ähm... 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 Das Level Up schon hier... Ähm... Besorgen Ich hoffe, unsere vier Schütze reichen da aus Um... Um... Durch die Hülle zu kommen Zeig mir, was du drauf hast Äh, jawoll! Sofort! Ähm... Macholo! Ja, das ist natürlich ideal für unser Link Das ist natürlich ganz, ganz groß Und fein Gefällt mir Äh, haben wir das Level 27 schon hochgepusht Oh yeah, baby! Geowurf, natürlich Das gefällt mir Ja, das gefällt mir Das gefällt mir einfach Kein Problem Nicht so effektiv, wie ich mir das erhofft hatte Eigentlich, aber Ach, sieh einer an Und da muss ich jetzt noch tatsächlich gegen Onyx kämpfen Äh, jetzt ist die Frage Kämpfe ich gegen Onyx? Ich hätte natürlich erst mal, äh... Oh, 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 oh Glück gehabt Ich hätte es natürlich gleich so machen sollen Erstmal schön Schlaf, Bruder Weil Onyx Könnt schon 50 KP abziehen mit seinen Treffern Könnte echt hinhauen Deswegen Müsst man da ein bisschen vorsichtiger sein Aber das gefällt mir immer wieder Dass er verwirrt ist, der Gegner Und jetzt wacht er auf Ah, nee, das ist super geil, oh Und vorbei Ah, Zucker 462 EP ist noch Und Level 27 für Ling Das ist natürlich super ideal Oh, du bist cute Ja, ich weiß Ich bin auch der Beste Äh, äh, äh Äh, Ling hat sich ausgelevelt Fürs Erste Wir werden Als nächstes mal Unsere Fackel nach vorne schicken Die muss erstmal den Gang durchleuchten Ihr wisst Bescheid, hoffe ich Äh, äh, Wanderer Dieser Tunnel ist verdammt lang Ja, ich weiß Dieser Tunnel ist echt lang Ja, und Wanderer Oh, Kleinsteins ohne Ende Kleinsteins ohne Ende Jetzt nur die Frage Haben wir irgendwas Halbwegs effektives Machen wir einfach mal Die Stahlklaue Äh, Metallklaue Da ist natürlich Ganz großes Kino Dass das hier Effektiv ist Nein, das ging daneben Ja, leider Das ging daneben Aber hier Metallklaue Hier rein ins Gesicht Und zwar Natürlich nicht Fertig mal Warum auch Ich meine Nein, man muss das nicht Fertig mal Gewalt Das ist ja Ihr wisst Bescheid Eine Fackel an sich Die, die macht die Gegner Einfach nicht fertig Die ist einfach Sozial Von daher Eine Fackel an sich Die, die schadet nicht Das war ja ein Reim gerade Ich bin ein Poet Ich bin echt ein Poet Einfach hier Komm Mach mal diesmal Hier ein Volltreffer Ne, hast du nicht gemacht Kein Problem Aber diesmal muss ich ihn besiegen Wenn nicht Dann Bist du ausgewechselt Ganz einfach Ich habe jemanden Der genauso effektiv ist wie du So, auf einmal macht es Auf einmal macht es Natürlich So wird das gemacht Anders nicht Zwei Kleidsteins Noch oder wie Das würde mich jetzt aber ganz schön nerven Wenn das so ist Aber Kein Problem Über die Hälfte bitte Mach mal hier Schön Volltreffer Naja Das Oh yeah Baby Yeah Lehm Sula Das ist natürlich das Was du brauchst Kleinstein Die Stärke der Elektrizität Schwächen Das brauchst du Alles andere ist Undichtig Hauptzahl Die Elektrizität Schwächen Wenn ein Metall Stahler kommt Macholo Macholo Können wir natürlich Tauburger überlassen Mach mal einfach Tauburger Mach einfach mal was Mit Maholo Du wirst eh nicht mehr So viele Chancen bekommen In dieser Hölle Deswegen Mach einfach was Mit Maholo Und Zeig einfach Dass es geht Zeig's einfach Ganz genau Einfach so Mehr wollte ich nicht sehen Ganz ganz groß Von dir Muss ich echt sagen Top Top Leistung Zu Top Konditionen Und Ja Super duper Oh Du hast gewonnen Ja natürlich Hab ich gewonnen Werden auch sonst Ihr Idioten Okay Haben wir hier noch was Äh Ja Oh Yeah Könnte es sein Dass du mich Dass ich mich verlaufen habe Ja klar Könnte sein Bin ich mir aber nicht so sicher Oh nix Das ist natürlich Zucker Für unser Lomanda Dutexo Oder wie auch immer Fackel Linkster Booster Äh Es macht schon Spaß Muss ich echt sagen Ehrlich Ist jetzt mal Ohne Flachs hier Macht schon echt Bock Hier Pokémon zu spielen Nach Ewigkeiten Äh Aber ich finde es halt zu krass Wenn ich mir irgendwie Die anderen mal anschaue Die Pokémon Pros In Anführungszeichen Ist schon Ist schon ein ganz anderes Niveau hier Was die da fabrizieren Und ich bin da echt Ein absoluter Noob dagegen Finde ich aber nicht schlimm Finde ich nicht schlimm Muss ich ehrlich sagen Äh Das natürlich muss nicht sein Also das muss natürlich nicht sein Ähm Ne also Ich wollte schon immer mal Pokémon Let's Playen Und so Ich werde es auch in Zukunft tun Und ich kenne mich auch überhaupt nicht aus Mit den nächsten zwei Generationen Muss ich ehrlich sagen Habe ich mich nicht so mit beschäftigt Grimasse brauchen wir jetzt nicht unbedingt Ähm Ich wollte schon mal immer mal spielen Und das macht es halt Gibt so einen kleinen Kick So ein bisschen Ja was macht man jetzt Ach ich mach mal einfach mal Und wir werden das auch machen Definitiv Aber Ob das jetzt Direkt im Anschluss kommt Kann ich nicht versichern Kommt immer ganz drauf an Wie ich Bock hab Und vor allem was als nächstes ansteht Auf meiner Liste Die ich mir zusammengestellt habe Die ich natürlich übrigens auch mal online Einstellen Könnte Fällt mir gerade auf Das könnte ich tatsächlich mal machen Wäre nicht schnell Ähm Ja Das wäre eine gute Idee Eigentlich Ah ja Ein Onyx überlebt es nicht Aber ein Kleinstein Ganz genau So sieht das aus Ja ja Mach du nur Zack Voll ins Gesicht Voll zwischen die Augen Zwischen die Augen Volle kann Ähm Ja wir haben es leider nicht geschafft Sachte Wo bin ich? Wo geht das nach draußen? Wir haben es leider nicht geschafft In dieser Folge rauszukommen Wie eher unser Ziel war Äh Das ist natürlich Schade Nichtsdestotrotz Äh Das haben wir jetzt das Item hier ein Fluchtseil Das ist natürlich ganz top Und wir sehen uns in der nächsten Folge Meine Friends Tschaußen